Kronikas endloser Kreislauf immer neuer Zeitlinien hatte mich seelisch zerstört. Doch sie wollte mir weder Freiheit noch Tod gewähren. Also nahm ich ihr die Macht, um zu tun, was sie nicht konnte. Ich würde eine letzte, perfekte Zeitlinie erschaffen. Doch es war schwerer, als ich dachte. Die Sterblichen weigerten sich, ihren vorgegebenen Pfaden zu folgen. Mit jeder Zeitlinie nahm mein Frust zu. Langsam verstand ich, was Kronika in den Wahnsinn getrieben hatte. Vielleicht brauchen Sterbliche keinen Herrn der Zeit. Ich opfere Körper und Amt, um den Sand so umzuformen, dass das Stundenglas eigenständig läuft. Und zum ersten Mal seit Anbeginn der Zeit kann ich ruhen in Frieden.